Geht gleich los. All right. Genau, der Titel, nicht ganz so einfach, gebe ich zu. Ich habe aber, also wird natürlich alles dann auch richtig erläutert, wie in jedem guten wissenschaftlichen Vortrag. Aber super zählen, das wollte ich schon mal einfach illustrativ hier etwas erläutern. Ihr könnt ja mal reinrufen. Was sehen wir denn hier auf der linken Seite? Eine Zelle, sehr gut. Und auf der rechten Seite, Vorsicht, jetzt Trickfrage. Super, genau. Also, mit diesem kleinen Spaß zum Beginn, wollte ich ein bisschen die Stimmung auflockern. Jetzt geht es natürlich sehr ernst weiter. Also, wie schon gesagt wurde, ich war in Berlin, habe da promoviert am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Und wir haben uns eben unter anderem mit Superzellen beschäftigt. Was genau bestimmte Zellen so super gemacht hat, das ist das, was wir uns angeschaut haben im Labor. Mit diversen Vergrößerungsgläsern haben wir auf Zellen draufgeschaut, in Zellen reingeguckt und versucht zu verstehen. Wir hatten nicht immer diese super Hüte auf, aber sehr wohl diverse Vergrößerungsgläser benutzt, Mikroskope, Lupen eher selten. Und dann haben wir da versucht, ein bisschen den Superzellen insbesondere auf den Leib zu rücken, die zu verstehen. Wie gesagt, am MPE für Infektionsbiologie ging es viel natürlich um Infektionserreger. Es ging aber auch darum, wie der Körper auf Infektionserreger reagiert, also um Körperzellen. Es war also sehr viel diese Auseinandersetzung, Körperzellen gegen kleine böse Erreger, Bakterien, was auch immer. Damit ihr auch direkt versteht, wer der Gute hier ist in der Geschichte heute, habe ich das so mit so einem kleinen Heiligenschein markiert. Und Bakterien natürlich immer klassisch, ganz kleine gelbe Zähnchen und böse Augen, kennt man ja von ihnen. Genau. Aber natürlich können nicht alle Zellen im Körper sich mit Bakterien beschäftigen, mit Erregern. Körperzellen sind ja sehr spezialisiert. Es gibt die Leberzellen, die Hirnzellen, die Herzzellen und so weiter. Alle sind mal mehr, mal weniger gefordert. Genau. Für die Erregerbekämpfung gibt es eben die Zellen des Immunsystems. Außerdem sind auch nicht alle Zellen einfach nur blaue, leere Kreise. Das ist euch wahrscheinlich auch schon klar gewesen. In Zellen ist auch noch was drin. Zum Beispiel blaue, leere Kreise. So würde jetzt ein Zellkern aussehen, wenn man von oben auf die Zelle guckt normalerweise. Also auf jede x-beliebige Zelle, sage ich mal. Es gibt aber auch Zellen, da sieht der Zellkern so aus, dann spricht man von lobuliert oder gelappt. Und einen solchen Zellkern findet man in Neutrophilen. Und Neutrophile, wie ihr hier schon im Titel seht, sind wahre Superzellen. Neutrophile sind Zellen des Immunsystems und Neutrophile sind eben sehr gut darin, Erreger zu bekämpfen. Wie sie das genau machen, das ist auch Thema meiner Doktorarbeit gewesen. Bevor wir aber dazu kommen, ein kurzer historischer Exkurs zu der Frage, wie kam Neutrophile eigentlich zu ihrem komischen Namen? Habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht. Also wie kamen sie zu ihrem Namen? Wahrscheinlich habt ihr euch schon gedacht, Neutro, irgendwas mit Neutral, viel von Griechisch, viel ja Liebe. Ganz klar, die Neutrophile sind sehr unromantisch. Denen ist die Liebe einfach total egal. Aber nein, weit gefehlt. Die Neutrophile lieben alles, was neutral ist. Das muss man jetzt auch noch etwas erläutern. Kann auch nicht so für sich stehen. Dafür gehen wir etwas weiter noch zurück ins Jahr 1880. Zu diesem Herrn Paul Ehrlich, seines Zeichens Wissenschaftler in Berlin an der Charité, hat auch diverse Vergrößerungsgläser zur Verfügung gehabt für seine Arbeit. Hatte also Mikroskope, hat Blutproben von gesunden, aber auch kranken Probanden, hat in diesen Blutproben eben die Blutzellen und dazu gehören auch die Immunzellen untersucht und hatte zwei verschiedene Farbstoffe zur Verfügung, mit denen er diese Zellen angefärbt hat. Einen basischen und einen sauren oder aziden. Und hat jetzt, wenn er den basischen Farbstoff genommen hat, eben genau eine Population an Zellen damit anfärben können und hat diese konsequenterweise Basophile, das basische liebende Zellen genannt. Ähnliche Geschichte dann mit dem sauren oder aziden Farbstoff. Und dann hat der konsequenter Wissenschaftler, der er war, beide Farbstoffe gemischt und hatte dann eben eine neutrale Mischung, also basisch plus sauer und wiederum Zellen. Eine ganz bestimmte Population konnte er damit färben. Und ihr wisst es bereits, er hat sie an dem lubulierten Kern erkannt. Das waren die Neutrophile. Er hat sie eben nicht irgendwie Beidophile oder so genannt, sondern Neutrophile, weil sie diese neutrale Farbmischung aufgenommen haben, ganz gut. Und der Kern, diese besondere Kernform hat sie zu erkennen gegeben. Jetzt wissen wir, woher die Zeilen ihren Namen hatten und können uns der Frage zuwenden, was machen Neutrophile eigentlich den ganzen Tag? Gesundheit. Neutrophile sind sehr, sehr zahlreich. Wir alle bilden circa 100 bis 200 Milliarden Neutrophile am Tag in unseren Körpern. Das ist natürlich eine enorm große Zahl. Wenn ihr die nicht glaubt, könnt ihr auch einfach nachlesen. Habe ich ja hier aufgeschrieben. Diese Zellen werden in unserem Knochenmark gebildet und sind dann auch erstmal ganz entspannt unterwegs eigentlich. Also Neutrophile wollen ja per se niemandem schaden. Die sind ja eigentlich ganz friedliche Zeitgenossen. Sie sind einfach ganz entspannt unterwegs, können aber dann sich auch mal aufregen. Und das passiert natürlich dann, wenn irgendwo ein Bakterium unterwegs ist. Dann gehen sie direkt in so einen Kampfmodus und sind auch meistens siegreich. Bedeutet, Bakterien gehen bei drauf. Das ist wunderbar, sonst würden wir nicht alle so gesund und munter hier sitzen heute Abend. Aber wie genau machen sie das? Das ist jetzt natürlich das Entscheidende. Weil sie super Zellen sind, haben sie natürlich auch super Kräfte. Und zwar ein Repertoire davon, die ich kurz vorstelle. Und zwar zum einen sind sie sehr, sehr hungrig. Wenn immer sie irgendwo ein Bakterium antreffen, dann verleiben sie sich das direkt ein. Und dann zack, Bakterien sind erledigt. Zweite super Kraft, konsequenterweise könnte man denken, aber das ist irgendwie nur so eine Scheinkonsequenz. Neutrophile können toxisch kotzen. Das ist eine sehr praktische Eigenschaft, etwas ungewöhnlich natürlich. Sie haben auf jeden Fall gewisse Substanzen, die sie absondern. Dazu gehören Chlorwasserstoffe, die toxisch sind für umliegende Zellen und eben auch Bakterien. Und damit gehen auch Bakterien bei drauf. Interessanterweise sind diese Chlorwasserstoffe eben auch Moleküle, die wir Menschen in unseren öffentlichen Schwimmbädern oder im Trinkwasser oder der eine oder andere von euch hat vielleicht auch einen Swimmingpool zu Hause, die wir für den gleichen Zweck nutzen. Eben antimikrobiell zur Desinfektion, um Bakterien zu Leibe zu rücken sozusagen. Das sind letztendlich chemisch gesehen die ähnlichen Substanzen, die hier für den gleichen Zweck eingesetzt werden in so ganz unterschiedlichen Umgebungen, nämlich um Bakterien zu schaden. Soweit zu den ersten beiden Superkräften. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Neutrophile sind meistens siegreich, heißt Bakterien gehen bei drauf. Soweit, so gut. Was ich nicht gesagt habe, häufig gehen leider auch die Neutrophile bei drauf. Oh, genau, ist traurig. Ist aber so, was soll ich sagen, das sind die Tatsachen. Und weil es so viele Neutrophile gibt, die müssen ja alle irgendwo hin. Die Neutrophile sind jetzt in unserem Körper, die müssen abgesondert werden. Deswegen gibt es irgendwie eine eigene Körperflüssigkeit, die zum Großteil aus toten Neutrophilen besteht. Jetzt dürft ihr mal raten, was das wohl ist. Alter, sehr gut. Genau, Alter. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr euren Pickeln danken solltet. Weil es ist ja letztendlich nichts anderes als Millionen und hunderte von Millionen von Neutrophilen, die sich aufgeopfert haben für euch, um euer Leben und eure Gesundheit zu retten. Und dann praktisch, da sind dann alle in so einem Pickel gelandet. Aber jetzt wären Neutrophile nicht Neutrophile, wenn sie es nicht geschafft hätten, noch irgendwie aus einem Sterbeprozess etwas zu machen, womit sie den Bakterien richtig zu Leibe rücken. Das Resultat dieses Prozesses seht ihr hier im Hintergrund. Eine grüne, netzartige Struktur. Im Vordergrund ein Bakterium, was sich darin sozusagen verfangen hat. Und diese Struktur im Hintergrund nennen wir nicht nur, oder sie sieht nicht aus wie ein Netz, sondern wir nennen sie auch so nach dem englischen Namen, Neutrophile Extracellular Traps, ist das die Abkürzung. Das heißt so viel wie neutrophil, außer zelluläre Zellen, äh, Fallen, sorry. Und das ist eben der Name für eine Substanz oder ein Makromolekül, könnte man sagen, was zum einen netzartig aussieht und gebildet ist. Das habt ihr gesehen. Zum anderen garniert es mit eben toxischen Stoffen, diesen Chlorwasserstoffen und so weiter und mit molekularen Scheren. Also ein sehr ungemütlicher Ort für Bakterien. Möchte man tunlichst nicht reinkommen, als kommen Bakterien. Und genau dieser Entstehungsprozess von diesem Netz, das war der Kern eigentlich meiner Doktorarbeit. Deswegen möchte ich das hier nochmal in der Sequenz zeigen, einmal wie das passiert. Es geht halt immer los mit einem Neutrophil. Also man hat diesen lobulierten Kern. Ich habe ihn jetzt noch gefüllt mit DNA. Wie jeder gute Zellkern hat auch den neutrophilen Zellkern DNA in sich. Und wenn jetzt so ein Netz gebildet werden soll, geht es damit los, dass der Kern erstmal sich rundet. Sieht dann also aus wie jeder x-beliebige Kern in einer Zelle. Aber es hört nicht damit auf. Er schwillt an, wird größer, füllt die ganze Zelle aus, bis sie dann schließlich platzt und zurück bleibt eben so ein Gemisch aus DNA. Danke. Schreck, lass nach. Ich komme dann jetzt zum zweiten Teil des Vortrags. Genau, also garniert, DNA garniert mit toxischen Molekülen. Und das ist, was wir ein Netz nennen. Das ist etwas sehr Ungemütliches für Bakterien. Und dem einen oder anderen ist jetzt vielleicht schon aufgefallen, hier ist DNA in einer anderen Funktion beschrieben. Also nicht als Speichermedium für Erbinformationen, sondern praktisch als physische Waffe, die man irgendwie so einem Gegner entgegenschleudert. Eine ungewöhnliche Nutzung von DNA. Eher so wie ein Römischer, also ein Gladiator in einer römischen Arena ein Netz eingesetzt hätte. Ich bin jetzt am Schluss, möchte noch ein Video zeigen von diesem Prozess. Da haben wir, hier tanzt schon jemand. Genau, wir haben die Kerne gefärbt. Wir bringen dann ein Molekül rein, was eben diese Netzbildung auslöst. Und dann könnt ihr hoffentlich sehen, wie die Kerne rund werden, sich ausplatzen. Und platzen gibt noch einen Farbumschwung und damit bin ich auch durch. Genau, ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Neutrophile sind super Zellen, wenn es darum geht, Bakterien zu bekämpfen. Und ich hoffe, in Zukunft beim Anblick eines Pickels werdet ihr innehalten und mit Dankbarkeit und Ehrfurcht reagieren. Danke euch. Paul Morath.